die ist verschlossen komm raus aua hier ist meine tasche eines oben hier ist einer das ist wohl nicht meine ja deswegen hier bin ich mein ist aber unten da kommen wir doch noch vielleicht noch hin lisa willst du ein schlagstock haben ja ich bin wahrscheinlich doch auswärts gekommen weil hier unten geht es nicht auch noch lang hey das sind wir vor uns gewesen ist nämlich unser freund versteckt so wollen wir die erste ecke schaffen gehen oder gleich noch eine machen das problem ist ich bin zu fünf prozent über lauter fünf ja dann gehen wir erst mal zum händler vielleicht kriegt man da auch was los durch so eine garage das ist Ich weiß nicht, ob hier oben noch irgendwas ist. Nein. Hier oben auf... Hier ist noch eine Tasche. Die holt die auch. Man, nicht, dass die jetzt mit runter fällt. Das weiß ich nicht. Werden wir merken. Nein, die ist nach oben. Oh. Wohne da hinten. Warte mal. Dahinter. Aber da müsstest du... Vielleicht kommst du schon... Wenn du hoch springst, kommst du vielleicht sogar ran. Genau. Ne, krieg ich nicht auf. Ne, das war doch gerade... So fällt sie nämlich runter. Das ist ja das Problem. Ja, aber ich komm nicht hoch. Warte mal. Ach. So. Ja. Nein. Und erst machen wir das... Hier an der Seite weg. Ja. So. Jetzt musst du... Da. Du. 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 Die Trüsse. Wollen wir noch? Geld und die Trüsse. Nichts. Ja. Ja. habe ich noch was zu essen müssen da jetzt eigentlich ich habe losgeguckt ich bin ich bin ... ... Oh toll, der hat nur Dreck. Bauplan, Mut, Toten, Gräber, Mut. Du kannst aber nicht unbedingt die Finstere überall. Kleber, Rohrbombe. Kleber oder Rohbombe? Such das aus. Ich habe ein Dilemma. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Es muss sein, mein Glück. Danke. Und hier geht's. Ach so, du bist gerade drüber. Ich bin raus. Ich würde das Rad erst mal verkaufen. Ja. Ich habe einen Motor gefunden. Soll ich den auch erst mal verkaufen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Gratitude and safe travels, friend. Hast du das? Soll ich diesen kleinen oder? Ja. ich brauche eine mütze mit mindestens eins zwei slots auf das da kann ich euch nicht das ganze sauber was erstmal überlassen da könnte ich das dreck schon was versaufen so da würde ich dann sagen machen wir dann die quest die am nächsten ist das ist die frage ich habe stoff würde ich meine noch aus hand damit ich bin was habe ich noch einstecken wurde bleibetern eier sand schießpulver papier eisen so was habe ich gebe dass das eisen kann ich auch ein abschauer die brauchst du ja auch du brauchst schon reparieren so ich habe zement einstecken ich habe auf jeden fall eine schiene einstecken messen und kriegst du mess messen kannst du von mir noch kriegen ich habe gemessen als ich ihr könnt mir papier knochen eisen kurzes eisenruck geben nägel habe ich noch verrotte das fleisch und zement ich habe noch lehm einstecken das kannst du mir geben ich bin fast leer ich habe um ein pack esel fast voll ich habe erst hier hinten das lang wegen besser verhandelt und so das kommt später erst pack esel ich lasse das überladen sein so kann man jetzt mal eine quest schaffen momentan und dann müssten wir fast nach hause ich finde es ja cool dass jetzt überall wirklich dran stehen hast wie die häsen und nicht alles die haben halt auch händler spezifisches zeug jetzt sagen ja bei jen die müssen wir dir dann mal also bei gelegenheit mal zeigen die ist hauptsächlich klinik steht auch richtig klinik denn da es hat zum beispiel bei dem der frühen schrottplatz ich brauche essen ich habe bloß zwei match sandwiches du könntest maximal hier an den alten morgen noch mal gehen daher draußen gucken ob dort was zu essen ist da habe ich nicht jetzt auch nicht mehr auf und habe noch zweieinhalb verletzten alter der helft fast voll ich hatte schon durch das ist das wird bestimmte herausforderung mit dem trinken ja das stimmt das gebiet ja kifo kifo wald also schon wieder die sind im kifo wald macht die musik nicht diese diese musik dieser wird so eine schaufel ja die kannst du mir geben wie gesagt zurzeit ich habe noch eine level zwei schaufel wenn es dann mal was besseres geben sollte würde ich halt dann auch das bessere nehmen freue ich mich dann drauf wenn wir autos haben ordentliche ausrüstung und mal richtig questen können das wird aber noch eine ganze weile dauern ich habe schon noch drei überladen das geht doch nicht das meins erst mal fischer klatschen dann ausplündern ja stehe auf mir jetzt party time hallo hier unten scheint erstmal alles clear zu sein ja der rest ist oben ja ja jetzt kommt man ja unten erstmal looten hier oben hier unten farts du musst so an allen rumbrücken yo